Hallo Herr Niewus, das ist unser neue Q2, den haben wir am Wochenende vorgestellt. Ist ein ganz neues Segment im SUV-Bereich. Das Fahrzeug ist etwas höher. Hier haben wir einen 1,4 Liter TFSI Motor mit 150 PS als S-Tronic Automatik ausgestattet. Und den dürfen Sie jetzt gerne einmal Probe fahren. Sehr schön, danke schön. Ich gebe Ihnen den Schlüssel, wünsche Ihnen viel Spaß und gute Fahrt mit dem Fahrzeug. Bis zum nächsten Mal. Du kannst nicht sein, Simply進, wünsche Ihnen viel Spaß. Du kannst nicht sein, recogn酒店 oder F Sprig zu gehen, die ich heute hier habe. Vielen Dank.